Hey, hier ist Jennifer Harben von Beyond the Black. Pünktlich zur Weihnachtszeit sind wir mit Thomas Jensen vom weltgrößten Metal-Festival Wacken Open Air eine Wette eingegangen. Er wettet, dass wir es nicht schaffen, vier ausgewählte Metal-Songs in gebührenden Akustikgewand zu covern. Der Verlierer steht am Bratwurststand des nächsten Wacken Open Airs. Die Erlöse werden für einen guten Zweck gespendet. Ob wir das Ganze schaffen, erfahrt ihr an den Adventssonntagen auf www.full-metal-gaming.com. Aber wie wir das Ganze geschafft haben, erfahrt ihr nur im exklusiven Behind-the-Scenes-Videotagebuch im Rahmen des digitalen Weihnachtsmarkts von Weltbild. Also viel Spaß und frohe Weihnachten. Eure Jennifer von Beyond the Black. Untertitelung des ZDF für funk, 2017